. . . . . . . Hallo, Mettel! Hallo, Mettel! Hallo, Mettel! Herzlich willkommen im Emmetal. Danke! Du musst jetzt melken, oder? Ja, genau. Also, schauen wir. Super! Hallo? Hans. Michelle, gut. Also, gehen wir langsam zu. Nadja. Kühe geniessen viel Auslauf. Das Futter ausschliesslich frisches Gras und Heu. Die strengen Vorgaben bei der Herstellung verbieten künstliches Silofutter. Für 1 kg Käse braucht es ungefähr 12 l beste Rohmilch. Die Distanz zwischen Milchbauer und der Käserei darf nicht mehr als 20 km sein. Mettel, das kannst du auch besser sein. Ja, du machst das gut. Der Käser begrüsst den hohen Besuch. Du kennst ihn schon, oder? Ich kenne ihn, ja. Das ist einer der besten Käser, die wir haben in unserem Land. Sehr geehrt. Also, dann können wir rein. Halt, halt, halt. Halt, halt. Halt, halt. Halt, halt. Halt, halt. Halt, halt. Halt, halt, halt. Ah, okay. Das Schweizer Original wird heute in rund 130 Käsereien hergestellt. Nach bewährtem, traditionellem Handwerk. Der Emmentaler AOP ist ein reines Naturprodukt. Zusatzstoffe oder gentechnisch veränderte Zutaten sind verboten. Der Emmentaler AOP ist gesund, mit vielen Vitaminen, aber laktosefrei. Und er ist ein Spitzenlieferant von Calcium. Mit der Käsereienummer lässt sich der Käseleib zu seinem Ursprungs- und Produktionsort zurückverfolgen. Das Netz hier drauf. So, liebe Emmentaler Käse, wir sehen uns in vier Monaten. Die Lagerung im Käsekeller dauert länger als bei den meisten anderen Kässorten. Mindestens 120 Tage. In dieser Zeit bilden sich die typischen Löcher im Emmentaler AOP. Der Grossmoment ist gekommen. Ist es soweit? Jetzt wirks doch. Der Emmentaler AOP von Michel und Methu wird auf seine Qualität geprüft. Die Qualitätsansprüche sind erfüllt. Der Käse wird für den Verkauf freigegeben. Emmentaler AOP. Merci, Emmentaler. Beim Original sind konstante Qualität und bester Geschmack garantiert. Wir wünschen euch einen rechten guten Miteinander. Ganzen Sie an! iamen Roment